Und zwar ist es bei uns bei dem Montagsspaziergang immer Sitte, dass wir unsere politischen Forderungen etwas lautstark verkünden. Am Anfang sind wir immer noch motiviert gelaufen, dann nach Fukushima waren wir ein bisschen traurig, beziehungsweise schockiert und waren eher leise. Und jetzt sind wir relativ wütend, um es mal so auszudrücken. Und das ist ein bisschen noch ein Konzert. Der Rockstar auf der Bühne brüllt irgendwas und die Fans brüllen irgendwas zurück. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein Rockstar bin, was auch nicht sein möchte, aber so vom Prinzip her, okay? Das heißt, ich stelle euch eine Frage und es gibt eine rhetorische Antwort. Und die Frage ist, ich teste mal, ob das klappt, Atomkraftwerke abschalten, Atomkraftwerke abschalten, Atompolitiker abschalten, Atompolitiker abschalten, Atompolitiker abschalten, Atompolitiker abschalten, Atompolitiker abschalten. Super! Ich hatte doch recht, dass Kaiserplatz der Aufzug Nummer 1 ist. Das ist genau perfekt. Super! Brecht die Macht der Energiekonzerne! Brecht die Macht der Energiekonzerne! Hey! Die Macht! Der Engel, die Konzerne! Hey! Die Macht! Der Engel, die Konzerne! Hey! In den Wellen gab er nicht vor, zum Tauchen zu nennen, dass der Team hat uns nach uns bewegt, aber der Lieferlohn gericht. Und er wird fallen, 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 die Menschheit geht, da vorne noch dreht. Der alte Lieder sagt, ne, der Wörter den Tag wieder geht, zeigt er von seiner Einkehr, oder gar nicht im Ziel geht. Als jeder sagte uns allen, hör es auf, du kriegst es mit, der Borsch ist bei mir schon fallen, sie ist geschehen für mich. Ich nöte, die Menschen sind weg, so gehen wir den Ball vom Fleck, werden die Fälle, 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 da können wir uns von Tauchen weg. Kärchen wie ein, auf unserer Weg, haben wir ihn bei uns gelegt. Und er wird fallen, 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 und sie sind weg, der eben, auf unserer Weg, und er wird fallen, das ganze was dort leistet. Und wer immer wieder, dass der toyste ist! Das war Siedler, was den Fälle heißt, dann schlafen wir ihn bei uns. Und die ganze Zeit, der war Siedler, die neue Kinder, Untertitelung des ZDF Papier, Papier, Papier! Liebe Bonnerinnen und Bonner, der Bonner-Demonstrationszug muss auf jeden Fall bis zur Beuler-Seite durchgehen, damit auch der Letzte auf der Brücke platzendet. Atomkraft! 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 Ein Applaus und ein Hallo an unsere Beuler-Freundinnen und Freunde! Abscheiden! 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 Abscheiden jetzt! Auf Kosten der Betreiber! Abscheiden jetzt! Liebe Bonnerinnen und Bonner, bitte überquert die Kennedy-Brücke vollständig bis zum Ende, damit auch die letzten drei, vierhundert Meter Demonstrationszug noch auf der Kennedy-Brücke Platz finden. Hallo Leute! Schön, dass ihr da seid. Es ist ein super Bild hier. Wir bitten aber, es ist ja ein Konsens gewesen, dass wir die Fahrbahn, diese nördliche, also wenn man da schaut Richtung Köln, dass die frei bleibt. Und wir bitten euch, kommt, wir haben hier genug Platz, lasst uns hier lieber etwas enger rücken, kommt rüber auf die Fahrbahn, wo ich hier stehe, mit der Armwinkel, wo in der Laute ist. Das ist die Vereinbarung für die Zukunft. Das ist ein bescheuertes Thema, oder was heißt bescheuertes Thema, oder was heißt bescheuertes, oder so ein beschissenes Thema. Ich möchte auch in diese Richtung nochmal sagen, eine Besetzung ist ein gutes Zeichen und ein wichtiges Zeichen. Es ist gut, dass ihr alle dabei seid, aber ich will auch sagen, wir sind sauer, wir sind stocksauer, weil was da gerade in der Politik passiert, ist einfach wäre nicht nötig gewesen. Also Fukushima wäre nicht nötig gewesen. Es ist genug schon passiert, es sind genug Katastrophen passiert, es sind genug Beinahe-Katastrophen passiert. Und wir brauchen sowas nicht noch mehr. Und ich bin der Meinung, und ich glaube, das sind viele hier auch, es gibt keine Alternative zum sofortigen Abschalten von allen Atomanlagen. Die Geschichte, auch der Anti-Akw-Bewegung hat also gezeigt, dass wir nichts geschenkt bekommen, wenn wir nicht dafür kämpfen. Und dass sicher geglaubte Errungenschaften auch schnell wieder weg sind, wenn wir nicht weiterhin dafür kämpfen. Wir als Jugend müssen also aus den Erfahrungen lernen. Man kann Atomkraft offensichtlich nicht abwählen. Man kann Atomkraft nur durch den entschlossenen Kampf abschaffen. Heute kämpfen wir nicht für einen Ausstieg bis in zehn Jahren. Heute kämpfen wir nicht für einen faulen Kontist mit der Atommafia. Heute kämpfen wir für den sofortigen Ausstieg aus der Atomkraft, ohne Hintertüchen, ohne Wenn und Aber. Heute kämpfen wir gegen die Atomkraft, gegen die Konzerne und gegen ihre Politiker, bis alle AKWs abgeschaltet sind. Atomkraft abschalten! Atomkraft abschalten! Und zwar sofort! Atomkraft abschalten! Und zwar sofort! Atomkraft! Nur zwanzig Jahre, ey! Auch das alles berlin' in der Traum ausschaging Frieden war, wir hatten gesuchten! Und schreien wir wieder! Frieden war, wir hatten gesuchten! Und schreien wir wieder! Glockenläuten Musik Musik